Darius Motagi ist nicht nur ein herausragender Kollege und Fachmann auf seinem Gebiet. Er ist eine Bereicherung und Inspiration für uns alle. Ich arbeite mit ihm schon lange zusammen. Wir arbeiten zusammen an einer gemeinsamen Lehrveranstaltung und da kommt es natürlich darauf an, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und das funktioniert mit Darius wirklich wunderbar. Herr Professor Motagi schafft es, trockene Mathematik anwendungsbezogen zu gestalten, so dass wir als zukünftige Ingenieure auch wissen, wofür wir letzten Endes diese Dinge brauchen. Was mich besonders beeindruckt, ist seine Freundlichkeit, Geduld und Ruhe. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Enthusiasmus und Freundlichkeit, die da auf einen zukommt und die fasst einen auch so ein bisschen, also die zieht einen mit. Ich bin so häufig einfach in sein Team gegangen und habe ihn da getroffen, habe gefragt, ob ich ein paar Fragen stellen kann. Er sagte ja, setzen Sie sich dahin, das fand ich super. Ich weiß, dass der Preisträger auch immer Witze eingebaut hat, Mathematikerwitze und der platteste, den es gibt, ist ja wohl, was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers. Damit hat er nicht gerechnet. Dass dieser Lehrpreis an Darius Motagi geht, damit muss eigentlich jeder rechnen. Ja, liebe Darius, herzlichen Glückwunsch. Du erhältst den Lehrpreis zurecht. Viel Erfolg und Spaß weiterhin für deine akademische Tätigkeit und deine weitere tolle Leidenschaft, die Astrophysik. Ja, Darius, ich freue mich sehr, dass du diesen Lehrpreis bekommen hast und ich denke, du hast ihn auch sehr verdient. Darius, es gibt keinen besseren für den Lehrpreis als dich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Lehrpreis. Wir finden, sie haben es auf jeden Fall verdient. Ihr Enthusiasmus, ihre fröhliche Art, das ist einfach einzigartig und das sollte auch honoriert werden. An dieser Stelle, Darius, alles Gute. Die Auszeichnung ist dir verdient. Herr Professor Motagi, ich freue mich sehr, dass Sie den Lehrpreis erhalten haben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie Ihre Vorlesung weiterhin stetig verbessern werden und jeden noch so nicht begeisterten Mathematik- und Physikstudenten mitreißen werden. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Darius, herzlichen Glückwunsch zum Lehrpreis 2023 hier an der FH Aachen.